willkommen mein name ist dann die letzte folge haben wir atlantiker hier nach diesem park coxten delfin abgesucht damit war endlich in der story weiter kamen haben wir noch endlich gefunden usula hat den dreizack von tritt geklaut wir machen jetzt rosa fertig und da ist ein neuer gegner ganz schön ich weiß jetzt mehr oder weniger wie wir da hinkommen glaube ich wohl irgendwie nicht mehr ich bin der fähig schon wieder nicht bin da kommen wir immer noch nicht weiter ich habe mir zu verkackten ort hingehen egal im donnerquart bekommen dafür hatte ich weiß nicht mehr was fragt ich sag's immer wieder aber wir brauchen es dann auf zum delphi in dem hoffentlich jetzt zum ersten mal und erst mal finden danach war es geil jetzt heißt auch das was ich gelassen mal was verdammt ich nicht im google mordet kufi schon wieder ich mal den pilfer auch von denen an die stelle weg ist ich bin mir das mal hier ja ich bin mir das mal hier sagt mir der film ist jetzt sofort da ich muss ein paar leute hier töten weiter zu kommen ich hätte echt gern angriffskraft plus es war gut dass meine abschluss angriffe viel abziehen aber meine normalen durch auch ein bisschen mehr abziehen für mich da ist er doch der film kommen bringen mich zu neuen orten danke aber das hat jetzt mal so lange gedauert warum ist denn wer da nicht aufgetaucht stehe unter wasser logik und ihre welt und was ich das wäre der große fisch du für mich habe ich mich geklappt jetzt habe ich dich einen th fiance weil sie auch noch andere auf die los gehen kann was ich noch nicht okay okay darf ich mal ja hatte also nicht angewandt und erfahrungspunkte danke er war glaube ich auch irgendwie wichtig und film oder hast du hilfe ich zeige dir wie es geht und macht der scheren jetzt haben wir hier da ist ihr das bösen das klingt böse lecker das unnötige stallen berührt verwahrungspunkte bräuchte noch viel ich danke da oder da ja da wollen wir doch hin dich ey jetzt du okay nein geh mit auf mega etat okay dann weiter zum wollte ich da in woher schädeln zeigt da hat sich doch sehr ein land aus wir sind ja gerade im gruseligsten raum in der ganzen welt oh gott sieht aus wie et irgendwie die oh gott ich werde heute nicht schlafen können usulas grotte du bist gar nicht im kampf dabei donald aber okay ich habe bis heute keinen plan wie der kampf richtig funktioniert jedenfalls wenn wir sie einmal angreifen dann 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 können sie alle wenn wir sie einmal angreifen dann macht sie immer das also mach mal hier weiß nicht genau wie der kampf funktioniert ich tue einfach immer noch mal jeder reinballern morgen ich habe einfach einmal wie blöd hier das ging an ja ich habe es zu verstanden NO ESCAPE ist gut meine güte du blödstatt NO ESCAPE DEEFicher nervig No Escape Wutysch NO ESCAPE oh wutysch wer ist das Wutysch 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 ich habe keine fehl bekommen ja ich habe anstanden no escape oh mein gott den hat sich immer wiederholen mit dem quoten dann sollte man allgemein abschaffen das habe ich schon bei den neueren spiel auch noch meine güte ich sage ganz gut alter alter oh mein da war ich doch mal ja in dem fall etha mitnehmen sollen glaube ich waha 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 ja ohne mp krieg ich ja nichts hin habe ich das Gefühl ja ja jetzt haben wir ich kriege ja gar keine mp bei ihr ich ziehe da ja gar nichts ab nein du bist ein blöder kampf lustig kriege dir nicht so gut hin Ja, ich weiß, no escape. Alter. Foreshadowing, das wird nicht alt. Oder sag du mal, take this, oder was? Ich weiß nicht, ob man da irgendwas einhalten muss, was man machen muss, aber wir beiden seid tot. Ja, ich bin tot. Ich mag diesen Kampf nicht. Hier wird irgendwie nicht so genau erklärt, was man machen muss. Ah, super, ich kann meine Ausrüstung nicht ändern. Ja, lass mal was. Ich setze einfach Feuerer dagegen ein. Ja, du, ich auch. Ja, ich weiß bis heute nicht genau, was man genau machen muss. Ich weiß, magieeinsatz gegen das Teil, aber was genau? Ja, das ist jetzt... Boah, ihr Pisser, geht mir aus dem Weg. Ja, ich weiß nicht, wo man hier machen muss. Ich weiß nicht, was die Farben bedeuten. Ich weiß nicht, was ihre Sprüche bedeuten. Gar nichts. Ein paar Mal muss man hier treffen, das habe ich schon herausgefunden. Oh, komm her, Ella. Ich meine, Ursula. Ich glaube einfach, wie wirkt der Kessel wieder an mit Feuerer. Wird schon klappen. Wird schon, wenn die anderen auf sie draufknüppeln. Ist doch nicht schlimm, aber wenn ich sie einmal angreife, dann ist vorbei. Okay, geht da durch drauf, ihr Idioten. So, mach mal deinen Kreisel auf Doom. Genau nicht. Wah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. No Escape! No Escape! No Escape! 24 Stunden am Tag. Ohne Ende. Auch am Sonntag. Alter. Überhaupt nicht nervig. Du kreisest mal ein bisschen durch die Gegend. Ich tue mal so, als du wirst dich, was ich machen muss. Also bei, er hat dich getroffen. Also bei, er hat dich getroffen. Ehm... Ah. Ah. Ohne Succeed, actually. okay warum auch nicht kam es irgendwie komisch ich überhaupt angreifen müssen nach was gehen wir müssen den dreitag zurückholen nixen flotter halten um gegen die schirmung zu spielen musst du das hier anlegen und kreis mehr als hintereinander zum glück haben wir schon fast alles hier von atlantik erkundet okay wir müssen einen anderen weg finden da kommt man untersucht weil ein fest verschossen sein da ich wieder schwert noch mal gehen komischerweise kann man damit nichts machen glaube ich was ich irgendwie komisch finde so frohe natur kann man fähigkeit wird schnell wieder aufgehoben volleilung der lp ja cool kann ich aber nicht anlegen im moment so habe ich immer bekommen das haben wir heute mal irgendjemand hat ausrüstung oder items bekommen ich ok dann gehen wir mal mega pushen haben wir genug und dann gehen wir ach ja die dinge ist nix und flosse hier gibt ja kein mp verbrauch ap verbrauch jetzt kann ich ganz schnell schwimmen geil ich vorher gebrauchen können finde ich wieder 400 erfahrungspunkte 30 sind war so ob denen wollte ich eigentlich das turnier mal versuchen also nach der wird kann man machen turnier versuchen gut ok damit abkriegen wir glaube ich nicht mehr da wird diesen jetzt einfach mal hier zum speichern und so warum eigentlich gar nicht egal ich habe es jetzt gemacht die tendenziell ich also ich gerne gegen extra vorbei und die los geht so ist der große blöde heiler da aber du zieht gar nichts ab mit meinem angefühlen hätte ich doch am anfang das schwert genommen egal aus ja jetzt wird zum glück einfach wissen einfach nur hier lang zu den drei fragezeichen ich glaube sie wird groß fetter Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen ernster. Oh, komm her! Oh, das wird lange dauern. Ich meine, wie wenn ich es nur abziehe? Nein. Die ganzen Blitzangreife sind das, was den ganzen Kampf hier ohnehin schwer macht. Guck mal, wie wenn ich es nicht abziehe. Du sollst nicht bis dahinten hin. Oh, das hat man nur noch rechts. Oh mein Gott, ihr Auge. Oh, ich gebe dir eine Nackenmassage. Das ist so komisch, die beiden Augen verfolgen einen. Das kann manchmal ganz schön verstören aussehen. Oh Mann, ihr seid schon wieder beide tot. Echt. Da müssen diese Blitze unbedingt sein. Man kann ja echt... Oh, hatte sie... Oh, wenn man 200-4 drückt, kann man ja auch nichts zu trossen machen. Stimmt. Ich sage einfach, dass vierkundig kreis ist. Ich meine, ernsthaft, diese Angriffe, die gehen so auf und nerven. Diese Blitze. Musst du einen Moment nicht aufpassen. Dann bist du tot. Ah, ihr Gesicht. Oh, die Hälfte haben wir gleich. Ja, wusste ich doch, da war der Angriff. Was soll mit deinen Dreizack zu schlagen, ne? Ah, gleich geschafft. Oh mein Gott, ich kann sich nur so drehen. Hör, was stören? Ja, eines Auge verfolgt mich und das andere ist gerade. Ich kann so verstören aus. Ähm, ja, super. Oh, muss das sein mit dem Blitzen, ganz ehrlich. Ey, so blöd gemacht. Ich kann ja echt keine Sekunde stehen bleiben, ohne dass hier Blitzen bei sind. Ich habe aber keine Kontrolle über den Kampf. Ah, gut geteilt. Äh, gut geteilt. Aua. Habe ich überhaupt nicht sprieren? Ich glaube nicht, ne? Ich würde den Kampf, glaube ich, ein bisschen einfacher machen. Äh, äh, Gott. Sogar bei die Toten sind hier die ganze Zeit Blitze. Oh mein Gott, ich komme hier nicht dran. Ich bin sie. Alter, darf ich mal? Ein paar Kombos machen, ohne dass du das machst. Aua. Na ja, so kann ich das dann auch machen. Ich stutze die Haare. Was sagst du dazu? Ah, abgetimt. Mein Gott. Ich bin halt immer mit der Heilung abteilt. Ich bin auch besiegbar mit der Heilung. Au. Ich bin gerade im Venue. Hela. Ja, Mega Potion. Mein Gott. Lass mich doch mal. Aber gut, ich bin schon wieder tot. Warte mal, ich trifft mich noch ganz von hier. Ah, ihr Gesicht. Wenn die Blitze nicht werden, dann wäre der Kampf nicht so schwer. So lächerlich. Ah. Oh, das ist nicht gut. Ja, kaum ist das weg, kommen direkt wieder Blitze. Langsam habe ich das Gefühl, du spams diese Angriff gerne. Ja, langsam glaube ich das echt. Aua. Okay, langsam. Also ich will da keine MP. Geil. Oh, jetzt kommen wir her. Letzter Schlag. Das war ein nerviger Kampf. Das war ein nerviger Kampf. Das war ein nerviger Kampf. Oh mein Gott, ich habe es getrunkt. Vater, es tut mir leid. Bitte seien Sie nicht böse mit ihr. Es ist meine Schuld. Du bist Ursula gefolgt, weil ich nicht wollte, dass du deinem Herzen folgst. Und als du den Kristall gefunden hast, habe ich ihn vor Wut zerstört. Ja, warum haben sie den Kristall eigentlich zerstört? Er hatte die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Das Schlüsselloch ist gefährlich. Ich musste euch von ihm fernhalten. Und dafür sorgen, dass die Herzlosen weiter in diese Welt kommen. Hä? Vater. Träger der Schlüssel. Ich habe noch eine Bitte. Versiegel das Schlüsselloch. Mein Dreizter kann ebenfalls das Schlüsselloch offenbaren. Willst du es tun? Natürlich, das hatten wir sowieso vor. Wo ist das Schlüsselloch, Vater? Was sollst du doch am besten wissen? Ist das in deinem Versteck? Wirklich? Gehen wir es hoher? Die Kraft der Stromseiten. Jawohl, Blitzra. Anziehen, bricht rein. Blitzra. Sehr schön. Dann gehen wir mal zu Ariels Versteck und schließen diese Welt ab. Komischerweise kommen wir jetzt schon keine Herzlosen mehr. Naja, egal. Ist doch egal. Egal. Das muss ich auch noch irgendwie machen. Ja, wird vertagt. Also heute ganz besorgen, das schiebe gleich auf nächste Woche. Hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Ich würde sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!